Du zweifelst an Gott? Gut so. Dich zerreißt manchmal deine ganze Fragerei und deine ganzen Unsicherheiten? Herzlichen Glückwunsch! Du gehörst zu den Erwählten. Es sind nämlich überhaupt nicht die Selbstsicheren, die alles Ja und Amen Sager, die Jesus da um sich sammelt. Er sammelt Typen wie dich und Thomas um sich. Den Apostel Thomas finde ich aus zwei Gründen total interessant. Einmal, weil er seine eigenen Erfahrungen machen will. Er lässt sich nicht abspeisen von dem, was andere ihm erzählen, was andere ihm vorreden. Er stellt unsere Fragen. Wohin führt mich eigentlich dieser Weg, wenn ich mich auf diesen Jesus einlasse? Was habe ich denn davon? Und stimmt das überhaupt alles, das mit der Auferstehung? Kann man das nachweisen? Kann man das mal anfassen? Und das zweite, was bei ihm interessant ist, er hat noch nicht aufgegeben. Er trifft sich noch weiter mit den anderen Aposteln. Er hat es noch nicht abgehakt. Und jetzt kommt das Ermutigende. Gerade solchen Typen wie dem Thomas oder vielleicht dir begegnet Jesus extra noch einmal. Jesus erscheint ihm und sagt, hier bin ich, kannst mich anfassen, es gibt mich wirklich als Auferstandenen. Das passiert allerdings nicht bei Thomas im Wohnzimmer, sondern als Thomas sich noch mal mit den anderen Jüngern trifft. Gott enttäuscht niemand, der ehrlich nach ihm sucht. Dass wir diese Erfahrung machen, darum bete ich im Nachtgebet. 22 Uhr auf DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar. Hallo sensitivity. Die Schleuge. turns das über sie mit Libernoooickfilter bekomme. Verれる was Canadians hier Österreicher wird sich nie leicht.